Hallo Leute, nachdem Apple TVOS 18 vorgestellt hat, möchte ich euch in diesem Video die wichtigsten neuen Funktionen und Veränderungen zeigen. Apple hat das Update mal nur vorgestellt. Die finale Version für alle erscheint dann mit all den anderen Updates im Herbst. Im Juli wird es jedoch wie gewohnt eine Public Beta geben, an der alle freiwillig teilnehmen können. Und kompatibel soll TVOS 18, so sagt man zumindest aktuell, mit all den Geräten sein, die auch mit TVOS 17 kompatibel sind. Also alle Modelle ab 2015. Unter TVOS 18 ist der Punkt Bildschirmschoner in den Einstellungen aus dem Bereich Allgemein entfernt und hier auf die erste Seite versetzt worden. Aber auch der Punkt Bildschirmschoner selber sieht jetzt ein bisschen anders aus. Bereits bekannte Punkte sind ein bisschen anders angeordnet, neue Punkte sind aber auch hinzugekommen. Genau genommen wird es unter TVOS 18 grundlegend neue Bildschirmschoner-Kategorien oder Varianten geben. Auf der einen Seite kündigt Apple einen Snoopy-Bildschirmschoner an und zeigt uns hier mal dieses Beispiel. Auf der anderen Seite neu hinzugekommen ist aber auch der Punkt Portraits. Damit lassen sich jetzt also Portraitfotos inklusive Uhrzeit mit diesem Tiefeneffekt als Bildschirmschoner nutzen. Dementsprechend gibt es in den Einstellungen jetzt auch diesen neuen Abschnitt für Portraits. Hier kann ich dann ganz genau anpassen, ob ich Personen mit dabei haben möchte, falls ja. Welche? Kann genauso anpassen, ob Haustiere, Städte oder Natur dabei sein sollen. Und kann festlegen, in welchem zeitlichen Abstand das Foto immer geändert werden soll. Grundlegend umschalten auf diesen neuen Portrait-Bildschirmschoner kann ich dann hier unter aktuelle Auswahl. Aber genau das hat Apple unter TVOS 18 nochmal etwas angenehmer gestaltet. Befinde ich mich gerade im Bildschirmschoner, kann ich jederzeit nach oben wischen und bekomme so direkten Zugriff auf die verfügbaren Kategorien, kann hier also den Bildschirmschoner-Typ jederzeit schnell wechseln. Also wie gesagt, einfach vom bestehenden Bildschirmschoner nach oben wischen und direkt zu einem anderen wechseln. Eine weitere Neuerung soll laut Apple Unterstützung für das 21 zu 9 Beamer-Format unter TVOS 18 sein. Apple TV Plus soll allerdings auf Englisch eine neue Funktion namens Insights bekommen, die wir sehr ähnlich auch schon von Amazon Prime kennen. Bei Apple TV Plus Inhalten kann ich dann über die Insights alle Schauspieler der aktuellen Szene sehen, sowie auch welches Lied aktuell zu hören ist. Das nächste muss ich euch jetzt so zeigen. Die Funktion Dialoge verbessern kennen wir bereits, doch unter TVOS 18 ist es jetzt möglich, das Ganze mit einer neuen Option nochmal zu verstärken. Außerdem gibt Apple an, dass das Ganze jetzt KI-gestützt noch besser funktionieren soll. Ebenfalls neu, bei Stummschaltung kann automatisch der Untertitel aktiviert werden und sobald man den Ton wieder aufdreht, verschwindet der Untertitel wieder. Apple kündigt auch an, dass eben diese Funktion Dialoge verbessern unter TVOS 18 sich dann auch mit folgenden Geräten nutzen lassen wird. Lautsprecher des Fernsehers, HDMI-Lautsprecher, AirPods oder andere über Bluetooth verbundene Geräte. Unter TVOS 18 spricht Apple von On-The-Wise-Siri. Apples Sprachassistent soll also so weit wie möglich Anfragen lokal auf dem Gerät und weniger serverlastig bearbeiten. Das sollte dann bei gewissen Anfragen für eine bessere Performance und Zuverlässigkeit sorgen. Außerdem kündigt Apple für später dieses Jahr in Home auch noch Unterstützung für Saugroboter an. Ob oder inwieweit sich das dann hier auch über Apple TV steuern lässt, ist aktuell aber noch nicht klar. Ja und das ist dann eigentlich auch schon das Auffälligste, was unter TVOS 18 zu finden ist. Wie gesagt, die finale Version von TVOS 18, aber auch von HomePod Software Version 18 wird dann im Herbst erscheinen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos immer dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.